Irene von Mayendorf, gebürtig Irene Isabella Margarete Paulina Cecilia Freien von Mayendorf, war eine deutsche Schauspielerin deutsch-baltischer Herkunft. Leben Irene von Mayendorf stammte aus dem deutsch-baltischen Adelsgeschlecht von Mayendorf. Sie flüchtete mit ihren Eltern nach der Oktoberrevolution nach Deutschland, wo ihr Vater schon 1925 starb, und verlebte ihre Jugend in Bremen. Nach dem Abitur ging sie als Volontärin zur UFA, um Schnittmeisterin zu werden. Dort wurde sie für den Film entdeckt und spielte unter der Regie von Werner Klingler sofort eine Hauptrolle in dem Abenteuerfilm Die letzten vier von Santa Cruz. Irene von Mayendorf ließ sich zur Theaterschauspielerin ausbilden und wurde eine vielbeschäftigte Filmdarstellerin. Sie verkörperte meist vornehme Damen, in dem Propagandafilm Kolberg war sie die Preußenkönigin Luise. Nach dem Zweiten Weltkrieg verlegte die Baronesse Mayendorf den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit mehr auf die Bühne. Sie gastierte unter anderem in Stuttgart, Zürich, Frankfurt am Main und Hamburg. In erster Ehe war sie mit dem Arzt Heinz Zahler verheiratet, in zweiter mit dem Filmproduzenten Joachim Mattes, in dessen Nachkriegsproduktion Film ohne Titel sie eine Episodenrolle übernahm. Danach heiratete sie den Hamburger Fotografen und Journalisten Pitt Severin. Der Schauspieler James Robertson Justice wurde wenige Tage vor seinem Tod 1975 ihr vierter Ehemann. Irene von Mayendorf, die seit 1967 britische Staatsbürgerin war, blieb in England. 1988 erhielt sie das Filmband in Gold für langjähriges und hervorragendes Wirken im deutschen Film. Irene von Mayendorf starb am 28. September 2001 im Alter von 85 Jahren in Kingssomborne.